Und los geht's! Noch ein rechter grosser Sprung, schöner Sprung, so ein bisschen mit den Egenhang, Wir müssen den Ring durch. Wir müssen den Treffen. Wir müssen den Treffen. Wir gehen in der Richtung. Dann kann ich innen durch. Und... Weeha! Denen wir vorne, wir treffen. Wir sind vorne. Und treten. Das ist jetzt schon ein Fuss, dass wir den Motor rüben. Wir fahren in das Fassdegang reinfahren. Wir können an den Maximalspeed, und damit, man muss das mal durchgehen. Und dann, wir fahren den Motorrad, und dann, wir fahren das Fahrrad durch. Wir fahren den Motorrad. Wir fahren den Motorrad. Jetzt ist es nicht so. Da sieht man ja die Aufschlitz rein, da sieht man aus den Gitter. Aber da muss ich nicht hin. Denkst du nicht? Aber mit dem Gitter. 4 cm 3 cm 2 cm Jetzt kommt noch ein Platz zu gehen. Das ist ein Platz. Das ist ein Platz für die Reise. Dann kommt es weiter. Wir haben eine Fischung. Es geht rein. Wir haben eine Fischung. Wir haben den Fischung. Ja, ja, ja.